Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal die Veko Neuheit Rising Colors aus dem Lidl an. Das ist nämlich ein Verbund aus insgesamt drei Batterien mit 93 Schuss, 110 Sekunden Brenndauer, 993 Gramm NEM und der wird dieses Jahr im Lidl 54,99 Euro kosten. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns aber erstmal ein Video von der Rising Colors an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Erst einmal wieder sorry für die Hintergrundmusik. Die war leider im Originalvideo von Lidl schon dabei. Das bedeutet, ich kann die nicht rausschneiden. Und anders als die Hintergrundmusik muss ich sagen, dass mir der Verbund wirklich sehr, sehr gut gefällt. Der ist nämlich wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, hat schöne Effekte dabei und auch wenn 55 Euro natürlich schon ein bisschen was ist, kann man sich die Rising Colors für den Preis auf jeden Fall mitnehmen, wenn man einmal was anzünden will und dann fast zwei Minuten eine schöne Batterie haben will. Wie gesagt, dann geht die Rising Colors für mich für den Preis auf jeden Fall absolut klar. Von mir gibt es also vier von fünf Sternen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dieser Neuheit in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich wirklich auch sehr über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr auch in der Zukunft keine weiteren Videos mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.